Warte. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Das sieht okay aus. Was war das? Oh, warte. Ah, aber es ist kein Problem. Außer, dass es eins ist. Eine Sekunde. Das kriegen wir hin. Das Ding ist da ziemlich nutzlos. Alles klar. Wir wollen das Ding vorerst da unten. Das Ding. Dann. Warte. So. Ja, hacken wir doch mal ein bisschen. Das, das und das. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ich wusste, dass das zu einfach war. Komm schon, lass uns gehen! Ja, ich glaub... Oh, das ist aber nett. Ich hab aber nicht um Erlaubnis gebeten. Sie haben ihn gesehen. Wow. Ich denke immer, das ist ein Geftverwüster oder ein Kommandant, aber das ist einfach nur ein Jäger. Wir sehen hier irgendwie ziemlich heftig aus. Komm Gareth, lass mich rüber. So, wo wollen wir hin? So. Vor allem, wie die Tarnung von den Geftverwägern einfach komplett nutzlos ist. Und man sieht sie trotzdem. Ihr hattet einen Job. Nur einen. Ja, klar. Oh! Er wartet sogar, bis die... ...bis der Jäger drüber gesprungen ist. Sehr nett von Gareth. Sehr nett von Gareth, wirklich. Von da hinten ist überhaupt nichts los. Aufmerksamkeit. Warnung. Geft neural activity increasing. Please unselect machines immediately. Selbst hier feuern die schon zweimal hintereinander. Ähm, Energieentzug, verlassen. Oh, wir müssen nur seine Panzerung noch wegkriegen und dann ist er unsere Bitch. Diese Tarnung ist komplett für den Arsch. Oh, wir müssen den Arsch. Oh, wir müssen den Arsch. So, dann setzen wir der ganzen Sache doch mal ein Ende. Oh, wir müssen den Arsch. 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 Was hast du getan? Oh, wir müssen den Arsch. Oh, wir müssen den Arsch. Nicht bewusst. What? Oh, wir müssen den Arsch. Oh, man. Oh, wir müssen die Arsch. Oh, wir müssen den Arsch. Oh, wir müssen den Arsch. берen Arsch. Was? Was? Eh? System malfunctioned. What? Tadi, sag was dazu. Sei einmal nützlich. Resetting Elevator. Alles, die ihr resettet den Elevator. Super. Okay, irgendwas haben wir hier gerade verpasst. Diese Musik, na, die hilft auch überhaupt nicht. Prost. Mir gefällt nicht, wie ihr euch rumteleportiert. Ich will euch im Auge behalten. Weil diese Musik wirklich echt nicht hilft. Resetting Elevator. Ja, es resettet alles den Elevator. Das ist das Problem. Warte. Warte. Ernsthaft? Das gefällt mir nicht. So viel Aufwand, nur für einen Aufzug voller Gav. Aufwand. Oh man. Nein, musst du nicht. Abgesehen davon würde ich erwarten, dass man im 22.700 ein bisschen mehr über Autismus weiß. Und besser versteht als heute. Da bei ihnen so viele Gav-Maschinen zu koppeln war auch das Dümmste, was du machen kannst. Was mir zeigt, dass du keine Ahnung davon hast, wie es deinem Bruder geht. Was? Was? Was we cool! Was? Was? Was gibt es meine Ahnung? Was ist mein Ahnung? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was willst du mir zeigen? Keine Sorge, ich sorge dafür, dass es aufhört. Er ist nicht nur ein Artist, sondern noch Savant. Und trotzdem frage ich mich, wie er diese Geräusche nachmachen kann. Ich bin sorry, dass du das nicht verdient. Würde du mir meine Nöte von Thursdays Experiment? Log 137.3. Die Experiment yielded no discernible patterns of Geth-Obedience. End Dictation now, David. Hell, der Elusive Man will have my head for this. Ernsthaft? Du musstest ihn nur noch als Logbuch benutzen. Du musstest ihn nur noch als Logbuch benutzen. Nein. Warum das auch noch alleine Das können wir ja mitnehmen Energiezellen sind auch gerne gesehen Wir sind bereit Okay, open a connection to the Gath Network. What? David, no! Tell the Gaths to stand down! Quiet, please make it stop! No deployment. Normal DSL-2 is within range. Attempting to establish a blue link. Was? Das wird nicht passieren. Na komm. Quiet, please make it stop! Quiet, please make it stop! Oh man, ich hab dafür gerade keine Worte. Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this must look, but I never intended any harm to come to him. You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Gath, it all seemed harmless. Da hab ich aber andere Sachen gesehen. I saw his memory. He begged you not to do this. Ich hatte. Yes, I was desperate. Es ist ein Ksem! Ich habe eine ganze Handlung gemacht.